Hallo Leute, heute gehen wir in ein Karneval, weil es hat gedauert, bis ich Karten bekommen habe. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ah, wir haben... Ah, wir wurden in dem verlassenden Karneval von einem bösen Klang eingesperrt. Äh, lass uns... Ähm... Wurden eingesperrt, aber... Geisterbahn. Ich will von... Geht nicht. Oh, no. Komm! Der Clown! Au! Ich will keinen Double-Drum-Jump. Äh, Robi! Äh? Für... Säger sag ich jetzt nicht. Für... Ein roter Luftballon. Nein, nein. Oh, ich bin in sowas nicht gut. Papier! Ah! Äh. Ich wollte gerade sagen, warum bin ich so gut? Tollsprungfertigkeiten. Nicht. Wieso gibt es überhaupt solche Sachen im Karneval? Ich habe 13 Euro dafür bezahlt, wenn ein Eintritt. Und das passiert. Nee, nee, nee. So. Oh. Au! In den Abgrund. Nächstes Mal gehe ich nicht in den Karneval. Ich hasse Clowns. Nein! Ich muss ja ran und dann springen. Okay. Konstruktion. Jetzt schaffe ich es. Jetzt schaffe ich es in einem Ding. Oh. Ich habe gesagt in zwei. Ich habe gesagt in zwei. Gebt dir ein High Five. Okay. High Five! Ich habe gesagt ein drei. Komm. Eins von eins gewinnt. Jetzt mache ich eins. Und hepp. Und hepp. Au! Komm schon! Das muss doch irgendwie gehen. Nein! Aber siehst du ja, ich bin besser geworden. Für meine Zuschauer. Für meine Zuschauer. Für meine Zuschauer. Für meine Zuschauer. Tue ich mir das an. Davon hoffe ich. Kriege ich ein Like. Und dann ab. Schnell! Hier durch. Sieht aus wie eine Art Boiler Room. Ich bin noch nicht mehr gesprungen. Für euch. hier wieder für meine Zuschauer. Checkpoint! Ja, entschuldige? Ich bin nicht die Beste im Springen. Ich habe nicht so oft Bubis gemacht. Ihr wisst, dass ich meine... Okay, jetzt. Jetzt. Wieder für meine Zuschauer. Komm, ich habe es vorhin geschafft. Jetzt. Für euch. Ich will kein Einhorn kaufen. Für meine Zuschauer. Nur für euch. Mag ich diesen Parcours des Todes. Aber wieso mache ich das? Ich muss doch einfach nicht in Karne machen. Checkpoint. Der Horrorclown. Mein Name ist eine Zuschauer. Ich schaffe das. Denn ich... So, dann gehe ich hier lang. Hier lang. Spring. Jetzt. 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 Jump and run. Komm. Jetzt sollte es einfach sein, weil ich da nicht sofort sterbe. So. Jump. 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 Was mache ich alles für euch? Das schaffe ich. Ich denke gerade kein General Bull und trotzdem habe ich das. Hep. 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 Wie hoch? Muss. Ich. Noch. Nein! 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 Ich war so hoch! Geh mal. Ne Zuschauer. Mein Abonnent ist diesen Parcours. Und diesmal schaffe ich es. Du bist einer meiner Zuschauer. Du hast... Du hast mich abonniert. Deswegen bist du der oder sie der Beste. Und hier eine Packung Chips. Als Blöden. Kettensägen! Schaff ich. Ich schaue einen Clown machen. Bleib weg von mir, Guy! Hab dich! Blöd Mann! Blöder Clown! Blöder Clown! Nein! Nein, nein, nein! Okay, jetzt ist mein scheißegal im Horizont. Hab ich von Caio gelernt. Ich renne, was ich kann, um zu überleben. Nein, dieser scheiß Clown! Wie kann man das bitte machen? Alter! Brudis! Schwestis! Da ist der Clown! Oh! 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 Mist! Gab es da keinen Chippoint? Nein! 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 Das war ja. Ich mache jetzt schon, damit das Video ist und dann machen wir diese Obi fertig, okay? Wir sehen uns.